So, halb zwei mitten in der Nacht, das ist eine gute Gelegenheit mit einem Duell anzufangen. Halb zwei mitten in der Nacht, das ist ein guter Zeitpunkt, ein Duell anzufangen. Das ist unglaublich, Herr. Ich dachte immer, Doc Holliday war derjenige, der ihn töten. Boah, das ging aber... Das ging ja relativ einfach. Na gut, dann hochmotiviert, machen wir weiter. Episode 3 Ja, und es geht nur einer lebend davon. Ja, komm, mach schon. Beobachte die Natur. Warum soll ich jetzt Pflanzen beobachten, während ich Leute umschieß? So, starten wir auf jeden Fall. So... Wo ist denn mein Adler, den ich geschossen hab? Ja, ist ja schon gut, ich folge dem Weg. Sei doch nicht so pinzhaft. Ich wollte nur meinen Adler holen. Ich habe garage gehört. Es ist aber unübersichtlich hier. Ach, da steht er da. Ist der böse? Wo, wo, wer schießt? Warum? Ob das was bringt, sich hinter einem Kaktus zu verstecken? Hatte ich zwei Leute hier erschossen? Nein, ich mach lieber die. So ganz weiß ich jetzt noch nicht, wo ich hin muss. Hier entlang. Siehst du, ich soll die Mine finden. Hier ist doch eine Mine. Auf jeden Fall war es gefunden. Nimm ein Geheimnis. Abgesteckte Schrotflinte mag ich nicht. Gewehr tauschen. Ne. Gefällt mir so. Aber wir können mal schauen, was wir uns holen können. Ach, die Wahrheit interessiert mich nicht. Schnelle Zielen. Hm. Ja, komm, mach schon. So, ich schlafe jetzt hier einfach nur durch. So oft durch die Gegend rum. Aber vielleicht hat es irgendeinen Vorteil für mich. Ich habe ja schon mal was gefunden. Hier oben müsste noch eine Leiche liegen. Seht ihr jemand oder seht ihr irgendwas? So, nein, ich bin nicht ängstlich. Ich will es auch nicht rauszögern. Ich mach weiter. Ich weiß, dass diese Dynamite nicht meine. So, ich habe gesagt, die politische Sache wäre, um es zurückzuhren. Es war die größte Gold-Rusche seit Sutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves, killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Also, I think it's bad that you don't have a German title. Charlie Crowe, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens, who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Oh, oh. I know I'm auto, amigo. I'm killed. I think it's bad that they don't have a German synchronization. They wanna have a German synchronization. So I'd definitely want a German synchronization. You can't always read the texts. durchlesen so man kriegt ja nicht alles mit von der story und man soll sich wahrscheinlich auch nicht so nah an die fässer stellen wer schießt wer schießt und warum und warum auf mich komm um dangerous desperate individuals I was outnumbered and in way over my head but I was too damn stubborn and stupid to realize it they must have thought I was too or had some kind of death wish seen as there were barrels of gunpowder everywhere one stray bullet one stray spark and I'd be blown to hell and gone I have any second thoughts about what I was doing no wow I already have no ammunition you can't beat the innocent you can't 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 Ich habe Angst Aber Es war der schnellste Weg in, aber das macht es auch mehr gefährlich Weil es sicherlich entgegenwärtig sind, die auf dem Weg Okay Zweite Wahl Ja, ich hatte auch mehrere Möglichkeiten, und wie waren die anderen? Da verarsch ich mich doch, ich muss doch die Minge Ja, tote Leute Was, 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 die da mit? Okay Das ist ja einfach, hier zu stehen Natürlich kann ich das Es war ja fies von hier oben zu schießen Damit rechnet ja keiner Was war denn das Schlimmste? Erzähl es doch, schneller Erzähl es doch Es ist du oder ich? Du Oh, jetzt Du So, und wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, das ist nett von euch, danke Das ist alles für dich Oh 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 Komm 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 komm, ich will noch mehr Ich will noch mehr Warum gehe ich denn immer tiefer? Das ist doch blödsinn Ja, klugscheiße Schritt Komm komm hitting Komm ich hier noch mal raus? Ach schade, ich will jetzt Dynamit rein Aber ich versuch's trotzdem. Einfach, weil ich's kann. Ja, ist ja gut. Ich wollte ja nur mal testen. So, abgeschickte... Ja, hier mit der Schrotflinde, das wär ja noch größerer Dummheit. Ich komm ich hier wieder raus. Ach da. Was denn? Ich bin ausgewischen? Okay vielleicht sollte ich rennen dann. Rennen 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 rennen. Ich versuchte freundlich, mein Plan der Unterstützung nicht nur moronisch war, aber sicherlich komisch. Was war'n das jetzt? Oh. Was? Das war ja die größte Verarschung. Ach, wie es weitergeht. Werdet ihr denn in der nächsten Folge sehen? Auch das war ja die größte Verarschung. Untertitelung des ZDF, 2020